Hallo und herzlich willkommen beim Klinikum Stuttgart. Ich bin die Nadine. Und ich bin die Melanie. Wir machen hier unsere Ausbildung als Erzieherin und wollen euch heute ein bisschen für unseren Alltag zeigen. Kommt doch gerne mit. Ich habe mich für die Ausbildung als Erzieherin entschieden, weil ich gerne mit Kindern zusammenarbeite und sie auf ihrem Weg begleiten möchte. Bevor man hier in der Kita mit der Ausbildung anfängt, sollte man wissen, dass man nicht nur mit den Kindern arbeitet, sondern auch administrative Aufgaben hat. Beispielsweise die Kinder beobachtet, Lerngeschichten schreibt und auch eng mit den Eltern zusammenarbeitet. Ich habe mich für die Ausbildung im Klinikum Stuttgart entschieden, da ich zuvor mein FSZ hier absolviert habe und es mir sehr gut gefallen hat. Die wichtigsten Aufgaben in meinem Job wären es, den Kindern Hilfestellung zu leisten, sie in ihrem Alltag zu begleiten und ihnen Reize zu bieten, sodass sie einfach ihren natürlichen Erkennungsdrang stillen können.